Diese Trainingskonzepte basieren auf einer genauen Analyse, um die Teilnehmerin beste Möglichkeiten zu unterstützen. Ich nutze verschiedene Positionen und Anstellungen, um die körperlichen Funktionen zu analysieren. Dazu beziehe ich die Rückmeldung der Teilnehmerin mit an. Das, was ich am Körper sehe, unterschiedliche Sicht öffnet von dem, was die Teilnehmerinnen empfinden. Deshalb diskutiert und analysiert werden wir während des Trainings gemeinsam. Wir sprechen über ihre Wahrnehmung. Unstopp! Ihr habt einen Unterschied? Ja. Man kann das hören, wie ich mit den Teilnehmerinnen darüber debattieren, über ihre Trainings wahrnehme. Die Strategie darüber ist ganz einfach, dass wir nicht nur der Trainer sollte immer was geben und die Teilnehmerin nur machen. Das ist von beiden sehr konstruktiv. Man kann mit unterschiedlichen Positionen und Anstellungen, dass jemand auch andere Muskelgruppe anzuspricht, um die Übungen gezielt anzupassen und so optimale Ergebnisse zu erreichen. Ist es wichtig, während des Trainings mit den Teilnehmerinnen zu sprechen und aufmerksam zuzuhören, um möglichen Fehler zu erkennen, die Haltung oder Positionierung muss den Ersprechenden korrigiert werden, damit die Übung der richtigen Bereiche anspricht. Das war's für heute. Antalaktisch... ... Vielen Dank.